Einen Döner zum mitnehmen, bitte. Mehmet, noch einen Döner. Döner mit alles? Mit alles? Dativ. Mit Dativ, Mehmet. Was ist diese Dativ? Wir haben nichts Dativ. Äh, Entschuldigung, nichts haben diese. Dativ. Es heißt mit allem. Allem. Mehmet, wo ist allem? Allem, heute krank, ja? Entschuldigung, heute krank, kommst du morgen? Dann doch lieber kurz. Ein Döner mit alles. Das heißt mit allem. Noch etwas Hautsalat dazu, der Herr? Ja, bitte. Ein Döner mit Hautsalat, bitte. Mit Vergnügen. Jojo Jokers. Jojo Jokers. Vielen Dank.